Ich werde geholt. Freund, mate. Ah man, war das nämlich safe von mir. Aber zum Glück habe ich es am Ende noch geschafft, mich zusammen zu reißen. Genau an dem Fenster waren zwei, die haben abgehandelt. Da war irgendwo Pulse bei dir, Chris. Und... Smoke. Alex, gehst du da rein? Ja. Danke, viel Glück. Er ist im Raum. Ist dir was, Jungs? Ich habe was getroffen. Ich bin schlussisch nicht, aber... Unten, er schluss bekommen. Wer war das? Alex. Alles gegen Pulse. Ich höre einen sich abzahlen. Oben vielleicht? Ganz oben, ich weiß nicht. Hier oben. Oben. Views. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Noch was oben bei dir? Ich weiß nicht. Oh, der ist hier draußen. Oh, ich habe noch einen Kill und noch einen Assist bekommen. Geil. Oh, ich stehe 2-2-2. Ich... Vielleicht lass das mit dem Schild. Schaffen wir es hier zu Fuse? Äh, zu... Oh, sag doch, dass da oben ist. Schaffen wir hier? Das ist ein Plan. Alex, du hast den Diffuser. Warum machst du da auf, Clemens? Ja, Clemens, echt? Warum? Das war dumm. Nein, dann kannst du auch von hier... Alex, schaffst du es hier durchs Fenster bei uns? Dann kannst du da planten. Das schaffe ich? Rechte Seite ab. Das Fenster. Hier, das, bei mir, vor uns. Da und dann zu planten. Chris, gib dir Rücken. Ja, ich gib dir direkt, komm. Raus, 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 Alex. Raus, raus, Alex. Geh doch raus. Geh auf Abstand. Über uns. Über uns. Verletzungs ist es. Ja, über uns. Über uns. Geht wieder runter. Der geht Treppe. Guckt auf die Treppe. Alex pusht. Krasser Typ. Alex stimmt, hab ich gehört. Gut. Das war doch ne geile Taktik. Also, so'n Raum ist geil. Entschuldigung Alex, hab ich grad den ganzen angeschossen. Auf alles, was da lief. Der rockt der ganze Zeit. Ich hab den gehört, aber... Der ist gerade an der Milchung kurz vorbeigelaufen. Ja, ich hab mich aber von dem irritiert, dass ich die Geräusche... Aber wir haben noch einer vor dir. Ey, ich wusste nicht genau wo, ob der jetzt rechts in der Ecke da sitzt. Der ist doch grad an dir vorbeigelaufen. Das ist bald, das hättest du sehen müssen. Wir haben's weg da. Ja. Gute Idee, aber auf jeden Fall... Nichts was gehen. Ja, alles klar. Von runter. Er ist verletzt, ist alles gut. Nice. Ach, der hat an, Mann. Das kannst du mir nicht sagen. Das sah bei mir aber auch eben nach Änderungen aus. Stopp. Willst du uns was sagen, Alex? Ja, moin. Von wo? Mensch, oben. Treppe oder keine Ahnung wo. Hier oben ist offen, ne? Ist der Dorpe offen? Ich weiß nicht, von wo ich angehittet wurde. Hm. Da kann ich doch eh nicht schießen. Doch, können sie und ich weiß nicht wie... Was? Alles. Kann nicht sein. Doch, die können da... Und wo wurdest du denn jetzt geholt, Clemens? Die sind tot. Das hab ich markiert. Die sind tot. Können von da schießen? Nee, die tun wir so. Also Garage, ne? Links von Alex, meine ich jetzt. Ja, irgendwo Dorf. Alex hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Links von... Er ist an der linken Seite, ist im Crouching. Der war ja drin! Geht jetzt rechte Seite raus! Alter, verdammt! Ich dachte, der wäre draußen! Ja, war er auch! Und da ist er gerade rausgegangen! Ja, dann! Verzögerung! Weil er hätte mich das gehabt! Ja, ne, alles gut! Mag ihr hin? Da ist in der Küche immer noch irgendwas auf jeden Fall! Ach, weißen! Da sind zwei! Sledger ist da, unten! Die Garage ist zu, oder? Sledger ist unten! Die Garage ist zu, weiß was da ist! Jaaa! So, ich jetzt einfach mal! Unten, Alex! Unten, unten, unten! Unten, guck! Links! Nee, warte! Unten, links! Unten, links! Ja, da ist jemand drin! Den Schaff! Der Ball! Ja, wo ist denn der Typ? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht! Oben Küche! Über den Dropper! Twitch! Oben Küche! Loll! Der andere ist auch noch da! Mensch! Ey, Alex räumt einfach auf und macht vier Kills! War das Nace? Nee, vier! Nein, vier Kills! Ja, Alex! Scheiße! Du schaffst noch nicht mal einen Ace, Mann! Ich musste dir sogar noch helfen mit zwei Assists, ne? Das ist wirklich armselig! Ja, du brauchst das auch noch Calls! Ja! So ein Alex, wirklich! Das Spiel mit Noobs, ne? Ja, meine auch immer! Die macht ja wirklich 99 Stab! Alles klar! Direkt aus nächster Nier! Zwei Schuss und der Liebzfeld ist am Boden! Ja, Alex 100 Schaden wäre ja auch ein bisschen okay, ne? Naja, das wäre nicht okay! Och nein! Ich habe schon wieder diesen Schwarz-Weiß-Bug! Leute, ich habe einfach direkt vor mir eine weiße Lichtquelle! Ja, ich auch! Ja, hatte ich auch schon mal! Ja, das war das, was ich auch öfter hatte! Das ist auch genau bei mir so! Das ist so nervig! Hier sehe ich wieder was! Oh Gott! Und hast halt einfach eine Schwarz-Bug! Mami! Philo-Safe? Okay, ich habe Tower-Safe! Hoffe ich! Das Problem ist halt einfach... Also wird jetzt das ganze Spiel sein, ne? Dieser Wagen? Ja, das wird das ganze Spiel sein! Und das verschwindet auch nicht nach dem Neustart! Das ist richtig! Doch bei mir war es nach dem Neustart weg! Echt? Bei mir nicht! Irgendwie muss es ja weggehen dann! Also, wenn ich außerhalb des Traumes bin, geht das sogar! Im Raum kann ich gar nichts machen! Ich hab halt genau bei der Geisel so einen... Ja, genau, genau! Ich auch! Wo sind die denn? Was ist das denn?! Was ist das denn?! Halt die Fresse! Was ist bei dem? Alex! Der ist direkt... Der ist direkt... Der ist direkt instant gemutet! Ja! Ich hab Kopfschmerzen schon! Warte mal, welcher war das? Der Yoshi? Ja, wer denn sonst?! Wir haben nur noch einen! Der andere, Alex! Der andere war uns im Kriegen! Ja, ich hab... Ich weiß... Worüber reckt er sich auf, dass ich ihm geholfen habe? Keine Ahnung! Ich hab halt extra gewartet, aber der Einleiter versinkt sich erschossen! Wo... Wie viel spät ist es? Okay, um 10 Uhr. Ich sag's jetzt nicht mehr so laut rumschreien! Und der eine ist wieder drin! Mann, halt doch einfach die Fresse! Ich hör nichts! Okay, das war ganz schlecht! Die schießen da durch! 50 HP! Ist da in der Toilette einer? Nee, das ist Joshua unser! Alter, ich kann einfach nichts sehen! Ich sehe einfach gar nichts! Ich sehe einfach gar nichts! Nicht nur du! Im Raum sehe ich einfach gar nichts! Bleib selber im Spiel! Nein! Das war Pech! Das kann einer sehen und der andere nicht! Das du kannst ja... Nicht gucken! Ich sehe das musst du jetzt machen! Unten links ist der! Das ist bei wem sechs! Also wenn du reinguckst, unten links! Da! Doch nicht! Ich sehe einfach gar nichts! Rechts! Hast du das gesehen? Nein! Ich hab gar nichts gesehen! Ich glaube er ist wieder bei mich in der Ecke! Ich hab nichts gesehen gerade halb nur! Alter, ich kann nicht reingucken! Ja Leute, 20 Sekunden nach! Ich sehe ja nichts! Ach so! Hab verletzt! Ja, aber noch einer! Michi, ich hol... Mach dein Schild! Mach dein Schild! Ich war drauf! Oh! Schlagschock! Ja, er hatte noch 10 AP von mir! Alter, ich hab einfach fast ge... Seht ihr auch die... Da siehst du nichts und jetzt siehst du wieder was! Oh, aber ihr habt auch das gesehen, was ich gerade gesehen habe, ne? Das mit den Lichteffekten! Nein! Nein, die sehen das alles normal! Ne, das sehen wir nicht! Nur wir beide sehen das! Ach so! Hast du bei mir doch damals auch nicht, Chris! Also, wir sehen es nicht! Also, komm halt drauf an, was wir sehen! Das ist so mies! Können wir irgendwas nehmen, wo der Lichteffekt nicht so stark ist? Also, irgendwas, entweder links oder rechts von der Mitte! Ja, am besten in den Raum draußen, ne? Ich dachte, weil Klimster schießt... Ach, Mann! Schön! Mensch! Da sah alles durch aus! Wie Gummipuppen fliegen die da rum, ne? Ja! Kapitän! Mit Gummipuppen kennst du dich aus! Du nervst einfach! Du nervst einfach! Du nervst einfach! Komm, der war jetzt aber gar nicht so scheiße! Ja, der war extremst scheiße! Den war so halb! Ich wurde vor Monaten, glaub ich... Ich wurde vor Monaten, glaub ich... Weinst du so mal nach Zahlen? Ich wurde vor Monaten mal geblitzt und... Ich hab immer noch nichts bekommen! Und du möchtest langsam mal die Rechnung haben! Ja! Schön! Ah! Alles klar! Im Flur! Da ist Cavera! Dreck! Mann! Ich wollte gerade links pushen! Was? Und Cavera kämpfe ich da halt einfach an! Weißt du? Genau in dem Moment! Die lag da! Sehr geil! Ah! Sabine Seidenlage! Ah! Ah! Sorry! Ich achte sonst überall drauf! Jetzt muss ich mal gut snipen, ne? Oh! Das war echt kacke! Echt? Okay! Was du dich sagst! Einer lag ganz rechts! Hier! Ich hab nicht mehr das Kapkan! Ja! Ganz recht! Der war hinten im Raum! Hinten rechts im Raum! Von dir aus gesehen, Chris! Ja! Stößt das auf! Ganz hinten rechts! Ja! Wahrscheinlich lag er da jetzt! Ich hab jetzt... Sicherung des Behälters beenden! Ich geb dir 10 Sekunden, Chris! Seine Kugel fängt oder bis der andere tot ist? Bis der Kugel fängt! Ja! Sieg! Warte mal! Wie viele Sekunden waren das jetzt? Warte mal! Warte mal! 10 Sekunden! Verdammt! Ich hätte wirklich warten sollen, ne? Du warst auf seinem Kopf drauf, ne? Oder auf seinem Hals! Wenn du so'n... Wenn du so'n Geschütz von so'n Scharfschützengewehr durch deinen Hals bekommst! Dann war so'n Geschütz-Gipfel ins Kopf! Ja! Da hast du keinen Hals und keinen Kopf mehr! War halt ne Russe, weißt du? Der hat einfach... Wodka dagegen getrunken zum Desinfizieren und so alles! Alles! Zuckabliert! Mach mal alle Leertaste! Okay! Ich bin Gold 2! Hey! Oh! Gold! Ja! BOMBE! Einfach doch! Oh! 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 So, ich sag' jetzt die Map voraus! Wir kriegen die Brasilianische Map! Nein! Und wir spielen Bombe! Auf der Brasilianischen Map! Ja! Das sag' ich jetzt voraus! Nein! Ja! Oh! Oh! Ich sag' Bombe auf der Brasilianischen Map! Oh! 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 Ich wusste gerade aus! Michael, jetzt müssen wir außen, wenn die Frau in der Beziehung ist! Ich wusste gerade aus! Michael, jetzt müssen wir außen, wenn die Frau in der Beziehung ist! Das war's für heute.